grüßt euch freunde und herzlich willkommen zur fortführung unserer kleinen abenteuer serie ja ich bin schon mal losgeflitzt habe das erste paket hier auf walla abgeholt was wir jetzt auch nach walla bringen müssen denn wir wollen ja jetzt in das delivery geschäft einsteigen und ich bin schon mal schnell losgeflitzt bevor ich euch dazu und habe denn ich wollte heute noch eine zweite weiter fortgeführte führende folge machen und wollte das nicht so unnötig in die länge ziehen so deswegen haben wir schon mal die mission von kovalex angenommen zeige euch das noch mal im mobiglas hier findet ihr das im contract manager und jetzt akzeptet das ist die kovalex independent constructors oder die ja der dieses jahr so das müssen wir jetzt auch hier nach walla bringen also einmal rum um mond sind so ungefähr 700 klicks weg müssen wir auf jeden fall springen und ich habe schon gesehen beim anflug dass hier menschen sind dass hier irgendwo wer mein hat aber ich habe das problem ich muss mal ganz kurz die mühle noch mal groß machen ganz aus ich weiß aber nicht ob das daran liegt dass ich nichts aufschalten kann irgendwie oder habe ich keine waffen doch waffen habe ich aber man kann ja auch glaube ich mit waffen aufschalten oder ohne waffen aufschalten das müsste ja eigentlich gehen so kommt machen wir noch mal so so aber wo wir jetzt hier hinfliegen den da zum beispiel ich kann den nicht aufschalten ich kann den nur anpinnen aber ich kann den zum beispiel auch nicht wieder wieder lospinnen doch so geht es ist das einzige was geht aber alles andere geht irgendwie nicht ganz komisch ich muss mal kurz in die key bindings gehen einfach nur um zu gucken ob das noch belegt ist aber ich habe irgendwie nie was weg belegt also oder belegen sich sachen entlegen sich sachen kann ja eigentlich sein oder achso muss natürlich hier gucken bei hotas targeting die 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 alles da anlock ja alles da ist ja echt strange so noch mal versuchen nein so so nee auch nicht gut das länger halten noch mal noch mal kurz ja sorry das muss jetzt sein ne das ist ich will das ist immer so ne kann natürlich auch sein dass das drake ist und ähm weil wir ja selten den aufschalten dass der dann gesagt hat so nö hier ist alles richtig belegt wo ist das schiff kaputt oh da hat man repariert komm ich reparier das mal das müsste doch hier gehen vielleicht ist ja was kaputt ne das kann ja echt sein wir machen das mal wir reparieren das mal hier da auf dem auf dem pad das müsste ja eigentlich funktionieren ich bin viel zu schnell unterwegs hier ich will dem ja nichts ich will dem auch keine angst machen so aber ich will ja zumindest dass mein schiff vernünftig funktioniert hier so gehen wir mal hier rein und reparieren die butze mal ja bestimmt was zu reparieren hier ne es gibt noch nicht mal was zu reparieren was ist denn da los ja weiß ich auch nicht nicht das am server dass man mal nicht aufschalten kann oder ist das irgendwie also das erste mal hat mir das passiert da hinten ist übrigens da ist er am meinern da seht ihr das da ich glaube mit dem rock oder sowas ganz geil oder finde ich cool so gut wir gehen jetzt unserem auftrag entgegen und bringen jetzt erstmal die kiste weg und dann nehmen wir gleich unseren folgeauftrag an und dann sind wir wieder ein stück weiter ne darauf folgen ja dann irgendwann die etwas besseren soll ich da oben sein glaube ich obwohl wir können wir können einfach hoch können ja direkt rumspringen die etwas besseren liefermissionen die dann ja auch in bunker führen wo wir dann ja auch auf gegner treffen können das auf jeden fall jetzt erstmal unser ziel und dann werden wir uns wie der kollege da einen rock kaufen und dann erstmal gucken ob wir vielleicht an den stationen direkt schon was zum rock meinern finden ansonsten ja sparen wir dann mal auf eine cutless black würde ich sagen als nächstes eine cutless black ist auf jeden fall bezahlbar und ist der nächstmöglichst logische schritt würde ich jetzt mal so behaupten wahrscheinlich wäre wahrscheinlich wäre es sogar logischer erst eine cutless black zu holen und dann ein rock aber ich kann mir den rock schon leisten und ich habe bock mir was zu kaufen ist logisch ne so macht man das ja immer so fahr weg fahr mal ein würde ich sagen ja das mit dem mit dem targeten das finde ich ganz merkwürdig also keine ahnung woran das liegt ob das jetzt am server liegt aber das hatte ich auch noch nie dass ich jetzt nichts aufschalten kann ne ganz 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 komisch so jetzt geht es auf die dunkle Seite aber könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben ob euch das auch schon mal aufgefallen ist wie gesagt ich bin ja momentan nicht so der übelste vielspieler vielleicht ist das auch ein bekannter bug in der 3.19.1 den man kennt dass man ab und zu nicht aufschalten kann so wir geben gas ich mache das aber mal indem ich den cruise control deaktiviere natürlich aufpassen weil hier auf Vala oder Vala können wir schon äußerst schnell werden dass wir da nicht über unser Ziel hinausschießen so ist aber mal schön in einem anderen System unterwegs zu sein finde ich man ist ja meistens immer in den gleichen Systemen unterwegs weil es da am meisten gibt hier sind die FPS auch wunderbar wahrscheinlich weil fast niemand hier ist bei bei A-Corp aber ich glaube wir haben auch nicht so viele Leute auf dem Server ich guck mal ganz schnell ich weiß ich fliege ja keine Sorge ah 77 von 80 na gut okay sind doch ein paar vorhin als ich angefangen habe wahrscheinlich war es auch ein frischer Server waren es 15 da hatte ich natürlich Bombe FPS so dann wollen wir mal hier landen und erstmal über unser Ziel hinausschießen nein wir landen hier direkt wieder in dieser Schräglage würde ich sagen so ein bisschen weiter nach vorne noch so zack büpp büpp so hat den ne ziemlich hoch den Speedlimit da gut wir lassen die Mühle an würde ich sagen bringen schnell das Paket weg und können uns dann direkt um die Folgemission kümmern ich werde jetzt hier auch nicht rumlaufen und looten weil hier gibt es eh immer das gleiche Zeug und von dem Zeug habe ich schon enorm viel klar man könnte es alles verkaufen ja aber das würde auch wieder bedeuten dass ich wieder irgendwo hin müsste um es zu verkaufen und ja theoretisch kann man seinen seinen Vorrat ja immer aufstoppen wenn man dann irgendwann voll ist mit dem guten Zeug wo ich mich halt leider nicht so gut auskenne ich weiß halt immer nicht was gut ist dann fährt man halt einmal oder fliegt man einmal verkauft ich würde mir jedes Mal Schiss wenn ich die Klappe aufmache dass mir irgendein Vogel und der nicht ins Schiff läuft jedes Mal denke ich daran mal Klappe auf zack ist einer drin der wartet hier nur auf mich aber gut wenn kein Schiff da ist dann muss er auch schon ziemlich lange gewartet haben das war früher als es nur wenige Systeme gab zum Beispiel als es nur Crusader Systeme gab da war das öfter mal weil da gab es halt nur ein paar Munde mit ein paar Außenposten da konnte man schon mal warten Mahlzeit so hier müssen wir rein Drop Off da oben ist eine Kiste gucken wir gleich mal rein aber es ist eh immer nur der gleiche Kram drin so bin ich schön so jetzt können wir zum Beispiel hier was einkaufen können wir mal gucken was gibt es denn hier Waste Astatine nee das will ich nicht so jetzt müssen wir hier oben mal kurz reingucken ich sagte reingucken ich sagte reingucken Loot will er nicht Loot ist rot na gut dann nicht der Freibeuter na gut so jetzt gucken wir mal ganz kurz zu unserer Folge Mission erstmal gucken wir ins Delphi hier haben wir jetzt irgendwo Kovaleks genau da der ist neu wir sind jetzt Junior Runner und jetzt machen wir gleich die Folge Mission oh ja und da haben wir ordentlich was drin jetzt hier so und wir mal gucken ob wir eine schöne lukrative Route uns raussuchen können Walla 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 das ist schon mal gut 9000 das ist Walla Lyria Lyria Walla das ist nicht so gut da muss man schon ordentlich rumgucken das ist natürlich geil ne weil da verdienen wir halt ein bisschen mehr Lyria Lyria Walla 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 Lyria Lyria 15.000 uuuh boah das ist natürlich geil das ist natürlich aber auch eine eine richtig fette Tour und da kommen schon wieder welche rein das ist so eine kleine Tour ja ich würde sagen wir machen erstmal die kleine Tour einfach um den Rahmen der Zeit jetzt nicht zu sprengen und in der nächsten Folge machen wir mal so eine fette Tour würde ich sagen so für 15.000 habe ich richtig Bock drauf so wir hätten natürlich gucken können gibt es ja jetzt schon ein Paket das hier vielleicht müssen wir das abholen pick up das hätten wir vorher natürlich mal gucken können ne ob es hier eins gibt was wir hier direkt mitnehmen können das machen wir glaube ich nochmal ich glaube das machen wir nochmal so natürlich ist es auch geil wenn man dann hier so seine Routen planen wenn man so weiß da muss man hin dann holt man da ab und sowas alles so wir schauen nochmal wir sind wo sind wir denn eigentlich gerade völlig vergessen so wo sind wir gerade ich guck mal hier rein bei History wir sind wir sind ARCOP Mining Area 148 ARCOP Mining Area 148 so dann gehen wir hier rein gucken mal ob wir hier was von den kleinen Dingern haben gut das sind diese ganz kleinen die haben wir ja gerade auch schon gemacht das auch ARCOP Mining Area 148 hier der zum Beispiel da das ist wahrscheinlich das Paket was da steht vermute ich mal oder das komm da machen wir die oder oder macht das Sinn das ist ja ein Paket mehr dann macht nicht wirklich Sinn ne das wäre halt wieder eins komm das können wir aber auf jeden Fall mitmachen das nehme ich mal mit an weil ich glaube nämlich dass wir zu den anderen eh müssen hä achso das war Dropoff ne hä Collect Package from 48 wir sind doch bei 48 oder nicht da bin ich jetzt völlig gaga gibt's doch gar nicht ich guck jetzt hier rein 61 sind wir oh ey Trottel 61 warum warum komm ich denn auf 1 äh auf 48 History ach Collect oh hier hätte ich gucken müssen 61 Mann warum steht denn das hier unter muss doch da oben stehen warum ist denn das so rum ach ja gut weil es wahrscheinlich die Reihenfolge ist äh wie man es abgearbeitet hat ja gut mein Fehler wir gucken nochmal rein ich will halt ungern so Sachen ablehnen weil ich glaube dann gibt es negative Reputation aber ich guck trotzdem mal 61 das ist alles Dropoff 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 ja das ist ja nur bei diesen hier ne das ist wahrscheinlich das Paket was wir hier sehen hm das ist ja alles wirklich jede Mining Station muss da da anfliegen ne da ist es wirklich anstrengend ne komm wir nehmen uns jetzt hier die machen wir weg und die machen wir jetzt hier zack also los geht's das Gute ist ja wir müssen ja nur wieder um Waller springen und ich gebe jetzt Hackengas hier und los geht's und der Sprung der Sprünge naja geht was ist das denn da da ist irgendwie so ein abgestürztes Schiff ne da hinten kann gerade gar nicht erkennen was das ist ist das eine Valkyrie keine Ahnung so zack zack so wir gucken gleich nochmal ins Mobi Glass ob ich jetzt wirklich negative Reputation bekommen habe dadurch dass ich das abgelehnt habe aber sollte eigentlich nicht weil das ist ja jetzt man kann ja einen Auftrag annehmen wieder ablehnen das ist ja jetzt ne ich meine kann man ja mal machen ist ja jetzt nicht so schlimm ne dass man dann als Organisation gleich sagt so hier angenommen ist angenommen zurückgeben geht nicht ne deswegen glaube ich nicht so wir gehen mal kurz rein gucken uns das an ob es jetzt hier irgendwas negatives gab Covalex ne oh doch oder geht das hier auch zurück dann nein oder ne ich glaube nicht oder war das vorhin weiter ich kann es euch nicht sagen ne gerade also hier sind wir auf jeden Fall nicht im roten oder so naja wir gucken einfach mal jo wir können auch schon springen das ist halt das Schöne an den Monden ne das geht halt rucki zucki dann springen wir erstmal da hin und uns da das ja na klar ich wollte gerade sagen wichtig ist wenn man dann umdreht dass man vom Gas geht damit man nicht wieder in die Atmosphäre fliegt ja und dann habe ich das gemacht ne bin ich in die Atmosphäre geflogen so jetzt bin ich aber jetzt müsste es aber klappen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder auf die helle Seite ja Waller ist wirklich klein ne das sieht man richtig wenn man da rumfliegt das ist wirklich ein kleiner Brocken ne ich glaube kleiner war nur noch Delamar glaube ich weil Delamar war ja wirklich richtig winzig war ja nur so ein ja etwas größerer Asteroid kann man sagen ein Protoplanet Protoplanet war das richtig ich weiß es schon gar nicht mehr so gucken wir ob wir mittlerweile aufschalten können aber ich glaube nicht so wir geben wieder ein bisschen Gas schmeißen hier ein Paket in den Kofferraum ich werde jetzt auch direkt vor diesem vor diesem Gebäude landen keine Zeit verlieren jetzt hier wir müssen halt echt effektiv arbeiten jetzt damit wir hier nicht in fünf Jahren immer noch Pakete ausliefern und ich kann nicht aufschalten da hinten oh doch den kann ich aufschalten aber es ist ein NPC na gut okay ja warum konnte ich den denn vorhin nicht aufschalten komisch wirklich komisch so da gehen wir rein in die Lücke hier Puff ja sowas muss die Drake abkönnen ne also das ne komm ne hier immer sanft landen das geht auch nicht ich weiß es ist schlecht für den Rücken aber ich hab's eilig ne da kann man nicht immer hier viel Zeit mit mit sanft landen verwenden ne das ist auch glaube ich hier im 2951 ist ja auch ein Schimpfwort du sanft lander ne das ist so sagt man so das ist so wie warm dusche ne aber das sagt man heutzutage nicht mehr das ist der sanft lander ist das jetzt so gut dann holen wir uns jetzt hier das Paket raus flitzen schnell zum anderen zack hier ist auch ein anderes Paket noch am Start die Kiste lassen wir jetzt auch außen vor ich hoffe ich hab die richtige jawoll das ist richtig richtig Delivery jetzt hier ich weiß gar nicht ob die Pakete einem immer angezeigt werden oder ob die ach 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 oder ob die einem erst angezeigt werden wenn man in dieser Delivery Stufe ist kann ich euch gar nicht sagen ich muss übrigens auch gleich mal was trinken und essen das machen wir aber erst nach getaner Arbeit vorher wird nicht getrunken und gegessen wie früher in der Lehre das ist auch immer so ein bisschen nervig das ist so es ist nichts Schlimmes ja aber es nervt mich doch so ein bisschen dieses Gewaber ja wenn man auf irgendwas drauf will und das wackelt immer so weil der Typ sich bewegt das ist übrigens genau das gleiche als wenn man hier drin ist und sich hier irgendwie so was angucken will auf dem Dingsel hier und dann bewegt der sich manchmal und du kommst da nicht drauf oh das ist wirklich so Kleinigkeiten die einen so die nerven äh ja die so nerven ja ich denke mal da hinten ist ein Außenposten äh so ein zerfallener wo irgendwelche Ninecats rumhängen und deswegen war das wahrscheinlich eine Cutlass genau da hinten wir können ja mal gucken was wird eine Cutlass sein denke ich mal jawohl die da gerade steil in den Himmel steigt so hier haben wir irgendwie noch ein Paket das müssen wir uns nämlich immer mal angucken weil es kann ja sein ah das ist wirklich ein kleines Paket ne ah das müssen wir uns angucken Freunde es tut mir ja leid aber ne wer weiß was es ist vielleicht ist es ein Rucksack drin kann man ja alles nicht wissen ich lass es auch schnell auf hier oh hier da hat sich ne Aurora schlafen gelegt so was haben wir hier open ah das ist das Schiffsinhalt ist das ne ja herzlichen Glückwunsch so könnte man natürlich auch mal als Pirat ne so ne Lockbox irgendwo hinstellen mal auf so jetzt aber los und los geht's jetzt auch schnell das andere Paket abholen ne und ihr seht schon so zwei Pakete abholen dauert schon doppelt so lange wie nur ein Paket abholen ne wer früher in Mathe gut aufgepasst hat dem erscheint das auch logisch ne und wenn wir das fünf Pakete abholen dann ist das nämlich wie lange fünf mal so lange naja muss nicht sein ne wenn wir zwei Pakete an einer Station anholen dann verkürzt das natürlich oder ne an einer Station hinbringen das gab's glaube ich auch mal das hab ich jetzt aber im Mobiglas nicht gesehen dass ihr fünf Pakete irgendwo abholt und zu einer Station hinbringt jetzt momentan ist das so verteilt aber wir machen das mal in der nächsten Folge dann nehmen wir mal diese richtig fette Liefermission an mal gucken was das bringt so da müssen wir das andere Paket abholen da fliegen wir erstmal hin ARCOP Mining Area 161 nein Quatsch das wär's dann würde ich aber hier sofort ausmachen und deinstallieren so da hat er auch manchmal ne manchmal fliegt er so auf dem auf dem Rücken rum um den Mond oder Planeten und manchmal auch richtig rum ne keine Ahnung warum er das macht wisst ihr das? ist das logisch irgendwie? weil ich find's so nicht so geil ich find's andersrum also richtig rum geiler also wenn der Mond unten ist oder der Planet dann muss man halt immer noch den machen dann so immer noch dunkel oder wieder dunkel wir geben Gas ich mach hier die Klappen auf und wuste mal ein bisschen ist natürlich tanktechnisch nicht so super gut aber die Kata wie gesagt die ist ja die säuft ja wirklich nicht viel oh da kommt glaub ich grad die Sonne rum ne guckt euch das an da hinten irgendwo da oha ich muss hochziehen wo ist schon oh müssen die Mandalorian Wände machen hier wir werden uns wieder direkt vor die Butze stellen da unten ist eine Hula ja jetzt kann ich wieder aufschalten komisch ah die Hula ist aber verlassen so müssen wir mal ein bisschen aufpassen oh da ist ein Paket da müssen wir uns auch wieder angucken da müssen wir uns angucken ah die Hula die 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 treibelt da so ein bisschen rum ne die macht irgendwie Zeug da ist auch noch ein Paket oh Freunde komm wir gucken mal erst mal so ja da ist ein Paket das ist wieder von irgendeinem Schiff und da hinten ist auch eins ne ja ja ist ja gut ist ja gut ja gut das wollte nicht wäre übrigens ganz cool wenn man die scannen könnte die Pakete ne das wäre echt ganz geil komm ich lande erst mal hier und dann gucken wir uns das eine gleich mal an ich hoffe hier ist Platz oh die Hula die ist wirklich die ist voll beladen ach gut vielleicht ist der auch noch hier kann ja wirklich sein dass der dass dieses Rumgewirbel da gerade dass das wieder nur für uns war dass der eigentlich da ganz vernünftig stand ist ja auch oft so so ein Schiffspark Düsing keine Ahnung mach uff ja die andere die andere Kiste ist weg ich würde es wie gesagt cool finden hatte ich glaube ich schon tausendmal gesagt ich sage das trotzdem nochmal wenn man so im Schilm im Schil im Helm so im Helm hat ach das ist einfach nur ne ne Frachtkiste mit irgendwas könnten wir jetzt mitnehmen aber hab ich keinen Bock ähm mit seinem Helm hat scannen könnte ne was man mit dem Schiff machen kann dass man da sieht da ist ne Kiste dass man das mit dem Helm halt auch machen kann das muss ja nicht so weit sein aber so auf hundert Meter oder so oder auf tausend wär das schon ganz cool aber ich denke mal das wird auch kommen warum auch nicht macht ja keinen Sinn wenn nicht da müssen wir halt einen kleinen einen kleinen Scanner mit uns rumtragen oder man hat dann wirklich auch man braucht dann einen Rucksack mit nem Scanmodul drauf ne oder so ein Scanmodul Rucksack was der wo der ganze Rucksack einfach so ein Scanmodul ist oder ja das ist so ein mit dem Rucksack mit dem Scan Rucksack kommt man dann halt einfach weiter ne da kann man dann tausend Meter mit scannen und der Helm Scanner der ganz normal im Andershut oder im Dingsverbaute sind dann nur hundert Meter sowas würde ich zum Beispiel cool finden und der Rucksack der dann tausend Meter geht der hat auch so ne Antenne hinten dran so so ne hohe weißt du geil das will ich so das scheinen Medical Supplies zu sein genau steht auch drauf und dann werden wir das ganze Zeug mal abliefern hier boah wenn die hier irgendwann mal die die Waffen aktivieren momentan kann man das ja nicht aber wenn die das irgendwann machen boah ich glaube dann dann ist Piraterie also dann wird hier wahrscheinlich überall irgendwann mal so ein Sniper sitzen so gut das müssen wir jetzt äh an zwei verschiedene Orte bringen das müssen wir da hinbringen ja wir gucken erstmal ich glaube eins war glaube ich auch auf Waller nochmal oder meine ich und dann müssen wir nochmal nach Lyria gurken und dann starten wir unsere nächste Delivery Mission dann direkt von Lyria ne und ja ich werde versuchen das wirklich lukrativ zu halten dass man vorher die Routen so ein bisschen plant und nicht so viele doppelte Wege fliegt ne aber dazu muss man natürlich erstmal so ein bisschen Übung haben ne doof wäre jetzt als Beispiel erstmal nach Lyria zu fliegen dort das Paket wegzubringen und dann zurück nach Waller zu kommen ne als Beispiel das wäre halt unklug ne und so glaube ich kann man diese ganzen Lieferrouten auch optimieren und ähm das müssen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen üben ne dafür machen wir das unter anderem auch damit man so ein bisschen Überblick kriegt ne und seht ihr schon allein solche Paketliefermissionen ja sind schon mit etwas Übung verbunden so dass man sagen kann hey ich mach das sehr oft deswegen kann ich das ja und einer der es nicht so oft macht wie ich der muss jetzt erst überlegen und äh ja wo ist was und wie und wo und ne viele wissen wahrscheinlich auch so ja hier 161 und das ist nicht immer dicht beieinander das kommt ganz oft die Lieferroute ne solche Sachen ne ich find das super spannend ich denke mal das wird äh das wird schon werden bin ich von überzeugt ist aber wieder auf dem Kopf ne oder ist das ne das ist nicht richtig rum ich find das falsch ich find das falsch so was muss andersrum das schöne ist man kann hier auf Waller echt richtig durchpusten das ist ja geil und was halt auch cool ist ist dass man halt sein Schiff immer besser kennenlernt war hier vorhin nicht der Miner war das hier heißt das gar nicht mehr ja es müsste 148 gewesen sein ne sind wir da jetzt ja da war das hier aber der ist nicht mehr da ich glaube hinten rechts war der irgendwo war natürlich alles total eingekuliert und war genau so gewollt wie ich jetzt fliegen wollte so was müssen wir jetzt hier wegbringen also wir haben hier 42 und 49 und wir müssen das 42er Paket hier loswerden das ist ja auch schön dass das mittlerweile hier dran steht wahrscheinlich schon länger so aber es gab auch mal Zeiten da stand das nicht dran und äh da musste man erstmal probieren und tun und machen ne aber finde ich gut so ist ja auch alles nur im Helm hat ne ich glaube wenn man den Helm jetzt abnehmen würde dann würde das verschwinden können wir ja gleich mal versuchen müsste aber so sein eigentlich so ich bin's wieder Freundchen ein Paket von Kovalex super ne zack wunderbar so ich nehme mal kurz den Helm ab ja okay sind trotzdem noch die Delivery Marker sind trotzdem noch zu sehen ne das finde ich ja jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig das sollte ja eigentlich nicht so sein naja gut oder was sagt ihr dazu eigentlich nicht ne ist ja eine Projektion im Hut eigentlich so außer ich hab halt so fancy Kontakte dann natürlich ist natürlich alles super so jetzt noch das rote Paket die Medical Supplies nach Lyria bringen und dann sind wir doch ein Stück weiter so wunderbar ja so Liefermissionen finde ich spannend und auch entspannend vor allem denn es ist halt einfach nur cool von A nach B fliegen ne ohne große Probleme einfach machen und wenn dann die Server gut laufen und alles schön flüssig ist und keine Abstürze kommen wie 30Ks ich hätte es nicht sagen sollen dann finde ich macht das richtig Spaß weil man dann auch richtig da eintauchen kann in diese ganzen Sachen finde ich ganz cool so suchen wir uns jetzt mal einen Orbital Marker ich denke mal da wird einer sein ja genau da ist einer den werden wir mal gleich mal anfliegen er ist ein bisschen höher ich glaube da ist er schon ne noch nicht müssen noch ein bisschen noch ein bisschen boosten hier jetzt muss das gehen das ist halt das Schöne an so kleinen kleinen Monden wie ist nochmal der Allgemeinbegriff für Monde und Planeten da gibt es doch einen so allgemeinen Himmelskörper nicht sondern irgendwas mit X glaube ich ich habe es vergessen irgendwie die Wetterumkatze läuft hier wieder irgendwo rum irgendwo im Schiff ist sie Kitty Kitty die will wieder gefüttert werden die kommt immer nur aus ihrer kleinen Klappe hier hinten raus wenn sie was zu fressen haben will muss ich da noch machen die kauft man übrigens bei Drake mit ist immer eine Katze mit dabei wie bei Snatch wenn ihr den Film gesehen habt da ist ja bei wenn Zigeuner was oh da waren Zigeuner überhaupt noch sagen ich weiß gar nicht davon wahrscheinlich kein Männer na da in dem Film waren es noch Zigeuner da durfte man doch noch sagen ist immer ein Hund mit dabei wenn die ein Geschäft abschließen super Film übrigens so Drop of Package sehr sehr cool ja und so werden jetzt die Aufträge immer größer und irgendwann und irgendwann sollten wir die Dinger in einem Bunker bekommen und dann verdienen wir glaube ich richtig Geld ich glaube das ist wirklich schauen wir mal ich bin sehr gespannt und los geht's und los geht's mutterweich ne sehr cool es scheint hier ein bisschen ein bisschen eisiger zu sein als auf Waller Waller ist ja eher so ein Stein Mond und das ist ja eher so ein Eisschnee Mond hier und hier haben wir auch noch die dreidimensionale die zweidimensionale Voltendecke seht ihr das ist das wo ich letztes Mal von gesprochen habe so da haben wir wieder ein Schiff wir sind viel zu schnell das kostet Sprit Freunde das kostet richtig Sprit so mal gucken wo müssen wir denn hin wo müssen wir hinliefern da hinten hier ist wieder richtig was los hier ist Kollege Katter steht hier noch ein Kumpel ist das auch ein Lieferkumpel aber hier Stück Cutlass ah komm positionieren wir uns mal hierhin würde ich sagen so dann fliege ich gleich irgendwo ein bisschen weiter weg von der Station und dann pennen wir hier direkt würde ich sagen los mal auf dauert immer ewig ne deswegen drücke ich auch immer auf den Knopf weil ich glaube das geht dann schneller aber vielleicht auch nicht ne vielleicht stirbt der Server auch langsam deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen wo die Server mittlerweile wirklich lange durch hat ich weiß nicht wer es erzählt hat aber irgendwer im Rest Stop hat er gesagt dass er mal war das ein Gandur ich glaube ein Gandur war das äh der hat erzählt dass er mal einen Server hatte der war über Monate war der oder Wochen war das der gleiche Server ne das ist verrückt oh die ist auf die Cutter da hinten das müssen wir uns aber gleich mal angucken so so Paket hier ist doch der gleiche von wohin so hier ist doch Hase und Igel ist das doch ja mit dem würde ich nie einen Wettlauf machen hier oh Alter ey mach keinen Mist ich glaube so langsam geht er in die Knie hier so 6000 bekommen oh wir haben wir unsere Klappe aufgelassen sag mal was sind wir denn für 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 Stoffelköppe unfassbar ne lachen die noch aus nein Klappe aufgelassen ha 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 und wir selber auch ja naja gut so ist das ne das Karma so schauen wir mal schauen wir uns mal das Schiff an vielleicht haben wir noch was schönes drin ein Rucksack vielleicht kann der nie wissen 6 Stub Stero 85 ist das so hier haben wir nix da haben wir auch nix schauen wir mal hier rein oder haben wir mal drinne hier im Schrank natürlich nicht nichts nichts am Start so gucken wir ob wir im Inventar noch was haben ne einfach komplett gar nichts na gut schade ja dann würde ich sagen machen wir hier irgendwo Bubu und führen dann unsere Delivery Mission in der nächsten Folge fort überall der Schiffswachs ne ist ja auch so von den Dimensionen her da liegt halt so ein fettes Teil da hinten von der Reclaimer nochmal so fettes Teil schon geil aber irgendwie geil aus ne aber sieht halt irgendwie so ein bisschen auch aus wie so nach einer Weltraumschlacht finde ich also überall Schiffswachs rumliegen zu haben ist natürlich auch nicht so schön aber dazu müsste es natürlich dann die Salvaging Aufträge geben denke ich mal entweder für die Spieler die die dann abbauen kann es ja auch geben ne durchaus von diesen Wracks und halt auch NPCs ne die vielleicht dann das wegsalvagen dann ist auch ein bisschen mehr Leben in der Bude wieder so jetzt würde ich sagen fliegen wir einfach ein bisschen geradeaus hier Richtung Berge da hinten so das mache ich halt immer so ne weil irgendwer sagte mal wenn man sich zu nah an den Stationen ausloggt dann kann es halt sein dass man nicht mehr spawnen kann nicht mehr im Schiff kommt allerdings haben wir uns ja auch mal an diesen Edge-Sheltern ausgelockt das ging ja auch ne vielleicht ist das ja auch gar kein Problem keine Ahnung ich will auf jeden Fall kein Risiko eingehen hier gehen wir jetzt runter und da werden wir uns jetzt ausloggen schön Bubo machen so sanft landen ja ich bin ein sanft lander nämlich so zack naja gut sanft ist anders aber gut wir machen die Butze aus stehen wir gut stehen wir so schräg ne ist okay so ja ja aber ansonsten muss ich sagen alles gut alles gut gelaufen bis auf das gezuppelt jetzt hier zum Schluss super FPS kein Absturz Liefermission beide abgeschlossen also wirklich so macht es Spaß mir zumindest ne so gute Nacht geht Gott